Hallo Freunde, heute Tag 2 im Skigebiet Lech-Zürs-Saint-Anton in Vorarlberg, Österreich. Wir sind jetzt mit dem Trittkopf 1 hochgefahren, dann umgestiegen in die Flexbahn, in der wir jetzt sitzen, und fahren runter zur Talstation, um dann wieder auf der anderen Seite Richtung Saint-Anton hochzufahren. Ja, hallo Freunde, wie heilt ihr euch? Wir haben jetzt hier eine Jause gemacht in der Hütte Albona, nachdem wir die 100 und die 102 runtergefahren sind nach Schuben. Dann sind wir mit der Albona 1 wieder hochgefahren und sitzen uns hier im Lokal, erholen uns noch ein bisschen, und dann fahren wir rüber nach Saint-Anton. Bis dann. Ciao. Musik 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 Wir haben auf der Albona Bergstation runtergefahren, mit der Walfer Gärbahn hochgefahren und haben uns dann auf der 78 durchgeschlagen hier bis zu den Tanzböen und haben jetzt hier den Lift am Osthang entdeckt. Lässt sich gut fahren, finde ich. Blaue Piste, schön breit. Fahren wir noch mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Letzte Fahrt mit der Trittkopfbahn nach Zürs.